Und damit hallo und herzlich willkommen zur einzig wahren und echten 90er und 2000er Kinderserien Tierlist auf YouTube. Heute habe ich das Ganze ein bisschen umgestellt und zwar habe ich mir eine Tierlist rausgesucht über die 90er und 2000er Kinderserien und habe meine Tabelle ein bisschen geändert und zwar auf nur noch vier Spalten. Weil wir das ein bisschen anders angehen müssen, weil da ein paar dabei sind, die ich nicht kenne, deshalb gibt es den Rang, kenne ich nicht, dann gibt es nicht mein Fall, Gut und Legende. Ja, ich habe nämlich das ganze Ding mal überflogen und da sind wirklich ein paar dabei, die ich nicht kenne, aber im Großen und Ganzen reicht das an den vier Rängen, um eigentlich alles gut einsortieren zu können. Und dann starten wir nämlich mal rein, übrigens die Avengers Tierlist, also diese Marvel Tierlist mit allen Marvel Charakteren ist geplant, dauert aber noch ein bisschen, weil wir arbeiten wieder an einem sehr, sehr langen Stream auf Twitch. Soll im Oktober kommen und da wollen wir dann die ganze Tierlist auf Twitch dann zusammen mit euch machen. So, wir standen mal rein und interessant, direkt das erste Pocket Camp, nee Rocket, Rocket Power, Rocket Power, kenne ich, kenne ich tatsächlich nicht, sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, ob es nicht mein, mein Zeitalter oder sowas ist, aber sagt mir halt irgendwie einfach nichts. Und, ähm, Camp Laszlo ist das Intro halt legendär, also das werden wir wahrscheinlich öfter haben, dass man das Intro kennt, aber so die Serie nicht mehr so krass. L-A-Z-L-O, L-A-Z-L-O, L-A-Z-L-O und Laszlo war sein Name. Aber die Serie hat mich wirklich nie wirklich gepackt. Ähnlich wie, ich weiß nicht, das ist irgendwas mit Backyards, ne? Irgendwas mit Garten, also das waren irgendwie so komische Tiere, die in ihrem Garten, das war irgendwas mit Backyardigans, Backyardigans war es. Habe ich ab und zu mal wirklich reingeguckt, aber mehr war da auch nicht. Hingegen bei P.B., P.B. und Jay Otter, irgendwie so war das. Die fand ich eigentlich ganz cool. Die fand ich okay und auch das Intro. War eigentlich ganz okay Teenage Robot ist auch echt gut gewesen Ist echt gut gewesen Ich weiß nicht warum, aber mir hat es gefallen Ich mochte den Charakter einfach, auch wenn diese komische Nasenauskerbung da Ein bisschen seltsam ist Weihnachtsmann Ich hab dir einen langen Brief geschrieben Dass dich alle Kinder lieben Und ich hoffe, du liebst auch mich Ich glaub, mehr muss ich dazu nicht sagen, oder? Ich kenn seinen Namen nicht mehr Ich hab die Serie aber immer weggeschaltet Weil der Typ mir halt einfach richtig komisch aus war Johnny irgendwas, ne? Oder? Ich weiß es nicht Auf jeden Fall fand ich ihn immer kacke Er sah halt einfach kacke aus, dann hab ich mir die Serie nie angeguckt Also wäre entweder bei Nicht-Mein-Fall Oder bei, kenn ich nicht Avatar der Herr der Elemente Hab ich lange Zeit geguckt Aber irgendwann das Interesse verloren Deshalb im Großen und Ganzen Würde ich tatsächlich sagen gut Aber mehr dann auch wirklich nicht Jimmy Neutron Ist für mich eine absolute Legenden-Serie Wirklich mega geil Dass er immer wieder irgendwas erfunden hat Was der absolute Bullshit ist Und es dann wieder irgendwie retten musste Fand ich irgendwie geil Ich weiß nicht mehr wie sie heißen Ich hab sie geguckt Aber ich mochte sie nicht Ich weiß aber nicht mehr wie sie heißen Disney's Wochenend Kids Eine der wenigen Serien Wo die Hauptcharaktere Wirklich mal ihre Klamotten gewechselt haben In Zeichentrickserien Kam jetzt nicht so häufig vor Aber Ja Das ist irgendwas Woran ich mich daran erinnere Deshalb Fand ich aber gut Legendär nicht Fand ich aber eine wirklich gute Serie Das hier hab ich Noch nie gesehen Keine Ahnung Was das ist Das Schlimme ist Man kennt die Serie halt Aber Ich glaub dazu muss ich auch nicht so viel sagen Okay Bobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobobbye Baloo Oh eh oh Baloo Oh eh oh Baloo Freundezeilen durch Dicke und Dünn Baloo und seine Crew Oh eh oh Aber da muss ich leider nicht hinsortieren Weil Die Serie fand ich ok Aber mehr auch nicht Also Das Intro natürlich legendär Wie man es oftmals kennt Aber Wir bewerten ja nicht nur die Intros sondern die Serie an für sich. Und dann gehört sie für mich leider nur zu gut. Jetzt muss ich mal gerade gucken, was ist das denn? Ach, hey Arnold, der Basketballkopf. Ja, doch schon gut. Doch schon gut. Theoretisch könnte ich dazwischen noch irgendwo ein Okay machen, aber schon ein Gut, weil ich relativ viel geguckt habe. Ich glaube, ich bewerte es so, wenn ich wirklich häufiger geguckt habe, ist es schon unter Gut, würde ich fast sagen. Victorious. Absolute Liebe. Ich liebe diese Nickelodeon-Serien auch. Victorious, Victoria Justice. Göttlich. Göttlich. DuckTales. Legendäre Serie. Legendär, auch die Folgen. Mega cool, habe ich ultra viel geguckt. Feier echt total. Hotel Zack und Cody. Es ist halt, also man kann mir vieles unterstellen, aber ich habe an meinem ersten Tag Disney Plus, habe ich diese Serie wieder gesuchtet. Keine Ahnung warum. Ich mag Dylan und Cole Sprouse. Ich mochte die Serie einfach für mich. Legendär. American Dragon. American Dragon. American Dragon. Aber tatsächlich hier irgendwo. Ich habe es nicht so viel geguckt, weil ich nicht so sehr gemocht habe. Ich mochte irgendwie den Hauptcharakter nicht, aber mehr kann ich dazu glaube ich auch nicht sagen. Adventure Time habe ich tatsächlich nicht viel geguckt. Ich mag es an für sich, aber als das so ein bisschen in Mode gekommen bin, ist es ein bisschen an mir vorbeigegangen. Deshalb wird es bei mir hier wahrscheinlich landen. Und sehr gut. Ben 10. Wer kennt sie nicht? Die TikTok-Memes im Moment. Ich weiß zwar nicht, wann Ben 10 jemals seine Hand abgeleckt hat, bevor er auf seine Uhr geschlagen hat, aber okay. Für mich aber auch nur eine gute Serie. Reicht nicht für ganz oben. Ich weiß echt nicht mehr, was das ist. Ich habe es ab und zu geguckt, aber es ist halt nicht mein Fall gewesen. Weil es bleibt auch nicht in meinem Gedächtnis, wie es heißt oder so. Disneys große Pause. Absolut legendäre Serie. Jeder auf dem Schulhof hat sich vorgestellt, dass seine Truppe so ist wie diese Truppe. Es ist halt einfach so. Jetzt kommt etwas Schwieriges. Jetzt kommt etwas wirklich Schwieriges. Denn jeder von euch kennt dieses Intro. Jeder von euch. Wirklich. Gummibirn hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Aber die Serie war halt nicht mein Fall. Tatsächlich nicht. Wirklich nicht. Ich habe die Serie wirklich nicht gerne geguckt. Keine Ahnung warum, aber es war einfach so. Duck hingegen. Ich weiß nicht, wer von euch Duck kennt, aber Duck ist wirklich für mich eine gute Serie gewesen. Ich weiß nicht warum, weil die Charaktere alle so seltsam aussahen und irgendwie eine richtig seltsame Welt, in der die leben. Aber irgendwie genau das war das Witzige daran. Ich mochte die Serie nicht. Legendäre Charaktere, legendäres Lied. Aber die Serie fast nie geguckt. Drake und Josh. Einfach nur legendär. Legende. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber diese Nickelodeon-Serien sind einfach mein Fall. Ich glaube, das hier ist jetzt Zack und Cody on Board. Ja, das Zack und Cody on Board soll das wahrscheinlich sein. Fand ich tatsächlich nicht so geil. Aber einfach, weil ich die beiden Schauspieler halt mochte. Dylan und Coles Browse. Landet es bei mir dann doch irgendwie unter Gut. Cosmo und Wander. Legende. Legende. Es ist halt einfach geil gewesen. Wer wünscht sich nicht Zauberparten? Wer von euch wünscht sich keine Zauberparten? Also bitte. Fillmore. Also diese Schule, an der er war. Diese Schule, auf die er gegangen ist. Jetzt mal Real Talk. Jetzt mal Real Talk. Was war das für eine kranke Schule? Es gab Morde. Es gab krasse ausgeklügelte Verbrechen. Alles mögliche. Es gab Atomanschläge. Keine Ahnung, was das für eine Schule war. Aber es war witzig. Keine Legende. Aber gut. Definitiv unter Gut. Cat Talk. War mir irgendwann ein bisschen gruselig. Weil ich mir dann mal irgendwann gedacht habe, wo kackt dieses Wesen eigentlich raus? Und nachdem mir das dann mal ein bisschen vor Augen geführt worden ist, habe ich nicht mehr so viel geguckt. Deshalb würde ich es wahrscheinlich... Doch, unter Gut ist es. Doch, unter Gut ist es. Aber... Denken wir mal über diese Verdauungsthematik nach. Art Attack. Ich habe so viel versucht von Art Attack nachzubauen. Ich habe mir, wenn ich schon gesehen habe, dass das geil wird, habe ich mir schon eine Liste gemacht, was ich brauche. Wer kennt es nicht? Weißer Bastelkleber. Liste. Es gab bei uns nirgendwo weißen Bastelkleber. Aber was der daraus gemacht hat, war geil. Für mich nicht legendär, aber doch gut. Boah, Lazy Town ist ein schwieriges Pflaster. Boah, Lazy Town ist ein ultraschwieriges Pflaster. Ich habe keine Ahnung, wie ich zu Lazy Town stehen soll. Legendär nicht. Aber es ist eigentlich gut gewesen. Die ganzen Lieder, die ganzen Charaktere. We are number one. Hey, du, 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 du. Und jetzt mal ganz im Ernst. Also dieses Luftschiff, wo Sportacruz gelebt hat. Junge, der steht auf, macht einen dreifachen Backfrontflip, Sidestep, Tucci Roll. Dann kommt so eine Zahnbürste aus der Seite, geschossen, die er dann so fängt. So. Und dann so, macht so 3005 Backflips hintereinander. Kommt dann Apfel aus der Gegend geschossen, beißt in den Apfel rein, schmeißt den Apfel weg und springt dann aus seinem Luftschiff mit dieser, mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem Feuerwehrrohr rutscht der da runter, so 300 Meter. Ist auch gar nicht gefährlich oder so. Aber gut, war sie trotzdem. Kennt ihr das auch? Manchmal fehlt nur ein Mini-Hauch, dann wird die Welt perfekt. Dü, 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 fast jeden Tag tue ich das, was ich am liebsten mag. Das ist nicht jedem. Okay, wir sollten das einfach sein lassen. Nee, das singen. Ähm. Miranda Cosgrove, absolute Legenden-Schauspielerin für mich. Gerade in dem Kinderbereich war die super gut. Sam war nie so mein Fall. Aber trotzdem, ich habe diese Serie geliebt und das hat mir auch so ein bisschen halt immer gesagt so, du willst YouTube oder sowas machen, weil das halt schon witzig war, was sie da gemacht haben. Es war halt einfach geil. So. Aber diese Liste ist noch nicht fertig und die Liste wird auch heute nicht fertig. Wenn ihr wollt, dass ich den Rest der Liste noch mache, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Oder lasst mir unten in den Kommentaren da, was für eine Liste ich sonst noch machen soll. Was ihr gerne sehen würdet in allen möglichen Bereichen, weil ihr seht, dem sind keine Grenzen gesetzt. Auch Kinderserien sind da einfach mal am Start. Und wenn ihr irgendwas ganz anders hätte eingelistet, also es sind ja nur vier Ebenen, aber wenn ihr irgendwas komplett anders gelistet hätte, dann lassen wir das auch mal bitte in den Kommentaren da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage tschau. Und bis denn. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.